So, Freunde, herzlich willkommen zu einer 114. Folge von Fein und Sechs Frühe zu der G. Vielleicht heute die letzte Folge, ich glaub's eigentlich noch nicht, weil es wird viele Storys jetzt noch kommen und bevor das Ende antritt, gibt's ja auch noch ein letztes Kapitel. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Ist das jetzt nur ein Gegner oder nicht? Wir werden's gleich sehen. Ich beende erstmal den Zug. Das kommen ja auch gerne Gegner mit mir nach, das heißt, wir können einfach ganz unbedacht hier das Ganze beenden. Der Dämonen-Drache liegt direkt vor uns. Hey, Roy! Oh, Mann, ich find die voll süß. Was denn, was denn, was denn los, Fein? Du siehst aus, als würdest du gleich weinen. Bin ich auch böse? Hä? Naja, wenn, wenn ich älter werde, dann werde ich dann auch ein böser Drache? Nein! Hey, ganz ruhig, Fein. Wo hast du denn diese Idee? Na, der Mann hat es doch gesagt, dass Drachen und Menschen nicht in Frieden miteinander leben können. Das war doch nicht wahr. Du hast doch in Nabata mit den Menschen zusammengelebt, oder? Aber der Demon-Dragon ist ein Divine-Dragon, like me. Also, der Dämonen-Drache ist ein heiliger Drache, so wie ich. Ihr werdet gegen den Dämonen-Drachen kämpfen. Aber was ist mit mir? Was ist, wenn ich größer werde, werde ich dann auch wieder Dämonen-Drache? Dann müsstet ihr doch auch... Nee, mach dir mal keine Sorgen, Fein. Ich weiß, dass du niemals wieder Dämonen-Drache sein wirst. Du wirst immer mit Menschen leben. Menschen wie mir. Denkt ihr wirklich so? Na klar, Mann. Ich möchte dem Dämonen-Drachen auch helfen. Ihr helfen? Nun, der Dämonen-Drache, der agiert nicht nach freiem Willen. Ihre Seele wurde zerstört. Sie ist doch nur ein Sklaven. Ich will sie nicht töten, wenn ich es verhindern kann. Deine Wörter sind... Ich verstehe dich nicht. Nun, ich bin sicher, was... Das ist so der typische Satz. Ich bin sicher, du wirst verstehen, was ich meine, wenn du ein bisschen älter bist. Ich hasse diesen Satz. Den hat man als Kinder in uns allen so von den Eltern so... Ja, wenn du ein bisschen größer bist, dann wirst du das verstehen, mein Kleiner. Voll fies. Äh, was? Hartmut hat man in einer Frage gepostet, als er den Dämonen-Drachen versiegelt hat. Naja, er hat eine Frage offengelegt und gestellt. Und ich habe vor, sie zu beantworten. Let's go, Freunde. Oh mein Gott, Final Chapter. Let's go. Final Beyond, du was? Beyond the Darkness. Hinter der Dunkelheit. Oh mein Gott, Leute. Das ist das Final Chapter. Oh mein Gott. Mein Gott, es sieht voll creepy aus mit so violetten Augen. Voll cool irgendwie. Frieden auf Kost der Menschheit ist wohl kaum irgendeine Art von Frieden. Der Mann, der dir dies befohlen hat, ist nun weg. Ist nun Vergangenheit. Du kannst nun aufhören. Du hast doch gar keinen Grund zum Kämpfen. Keiner von uns hat den Grund zu kämpfen. Ich habe das Gefühl, dass vor ewigen Zeiten habe ich diese selben Worte schon mal gehört. Weiche Worte, wie eine warme Brise. Aber das ist lange her. Ich habe für viel zu lang geschlummert. In der Dunkelheit. Ich habe geträumt. Einen leeren Traum. Dunkelheit. Farblosigkeit. Aber nun bin ich wach. Die Majestät hat es sich so gewünscht. Seine Majestät zähl viel. Ich bin nun wach. Ich habe die Dunkelheit in meinen Träumen verlassen. Mein Pfad ist nun beleuchtet. Ich weiß, was ich tun muss. Ich werde diese Welt anführen. Egal wie viel Zeit auch vorbeiziehen wird. Das ist meine Pflicht. Also willst du gegen uns kämpfen? Solange ihr mir im Weg steht. Dein Wille scheint unbrechbar. Mein Wille ist der seiner Majestät. Ich bin erwacht, um seine Wünsche zu vervollständigen. Also zu erfüllen. Oh mein Gott, Leute. Müssen wir kämpfen? Das ist das Ende. Aber wir sind schon jetzt viel zu weit gekommen. Um jetzt zu verlieren. Oh, das ist einfach, was du nicht jeden Tag siehst. Ich werde, ähm, ehrebar kämpfen als ein Ritter von Ositia. Ich finde Ositia immer noch cooler als Ostia. Ihr müsst euch, oder ihr müsst vorsichtig sein. Ist das das Ende? Oder ist das der Anfang? Wie poetisch. Faszinierend. Nun sollen wir. Hm, das ist der Dämonen-Drache. Solche Kraft. Oh, geil. Erstmal weg geht, erstmal richtig ab. Ich werde nicht fieren. Ich werde nicht fieren. Ja, genau. Ich werde nicht verlieren. Ich werde alle beschützen. Nun ist es Zeit für die Wahrheit. Ich habe das Blade von Hartmut. Was? Fuh, Tuck, Putti, Unions, Berge. Dass, dass dich, das Mitleid mit dir hatte und dein Leben geschont hat. Lass den, äh, believe, leave the final blow to me. Lass den finalen Schlag mir. Ey, Roy, sei mal nicht so Ego, Mann. Okay, erstmal Eidon angucken. Nur 78 HP. Ich finde, das sieht jetzt nicht so frightening aus, Leute. Aber, Alter, guckt euch das an, Alter. Erstmal 50 ausweichen ist schon nicht wenig. 30 Defense. Aber, ey, es sieht so, es sieht so schwach aus irgendwie. Also, das sieht so jetzt nicht so frightening aus. Ehrlich gesagt so 16 Speed ist nichts, der, nichts haariges. 30 Defense hatte der Kollege eben auch schon. 31 Resistenz ist jetzt auch nicht so wild. Glück 18, ja, Standard. Speed 16 ist auch okay. Hatte er, glaube ich, auch gerade. 29 Stärke, klar, das ist fast Max, aber, hm. Dark Breath ist halt stärker, kann ich sagen. Nein, also, 49 Damage ist schon ziemlich viel, muss ich sagen. Aber es ist jetzt auch nichts, was mich umbringen würde. Und hier die zwei sind bestenfalls normale Einheiten, die man auch vorher schon hatte. Und die wir auch definitiv noch schlagen können. Na gut, die haben jetzt ein bisschen mehr KP als die anderen Manaketen. Aber es ist jetzt nicht, davor ich übelst Angst haben muss. Hat sie überhaupt einen Move? Ja, sie hat zwei Move. Das ist auf jeden Fall was, was man ausweichen könnte. Auch ihr Ding hat keine Zweier-Range. Also, auch hier gar keine Gefahr. Also, man könnte theoretisch mit Muglis und mit, ähm, na sag schon, mit Binding Blade drauf bashen. Und das wäre wahrscheinlich das Aus für das, für, 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 für unsere, für unsere liebe Eidon. Also, beängstigen ist das jetzt nicht wirklich, ne? Also, gut, wir lassen die jetzt hier erstmal ankommen, ne? Ist klar. Wir stellen uns erstmal alle so hin, dass wir quasi, ja, ich sag mal so, im perfekten Muster stehen, sag ich mal. So, ja, gut, dass Fades mitkommt, ist halt, hm, ist halt so. Eigentlich will ich es ja nicht, ne? Aber, lass sich jetzt nicht ändern, so. Stehen alle ready hier. So, zack, und last one. Und dann würde ich sagen, äh, lasst es auf uns zukommen. Ich hoffe, die kommen auf uns zu. Wenn nicht, muss ich es halt anlocken oder muss halt direkt von hier aus losstriken. Es ist das letzte Kapitel, Leute. Und nach diesem werden wir dieses Spiel hier beendet haben. Oh mein Gott, I can, I can still can believe it, Leute. It's too much for me. Es sieht aber voll geil aus. Der Sprite ist echt cool, muss ich sagen. Sieht echt fett aus. Bin gespannt, wie das, äh, dann im Kampf aussieht. Ich lass die Anima, sind an, ne? Hab ich, äh. Ja, äh, das ist mir im letzten Kapitel hier nochmal ganz wichtig, dass ich das zeige. Weil es ist einfach eine Sache, die, finde ich, die sollte man sehen. So, Binding Blade noch als Nutzung. Äh, oh Gott. Ich will gerne aber so damage machen, dass ich vielleicht nur, naja, wisst schon. Ja, neun Damage lässt sich heilen gleich und dann ist cool. So, War Dragon. Erstmal nochmal eine Silberlanze ins Gesicht, damit Roy auf jeden Fall nur einen Hit braucht. Ich war einfach, just in case. Ich, ich bin schon wieder übervorsichtig, aber es, ich hab das Gefühl, ich, 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 ich muss es tun einfach. Es ist einfach so, meine Art zu spielen. Viele haben ja schon gesagt, du hast eine ganz komische Art, vor allem zu spielen. Du entwickelst eine Einheit nicht früher als andere. Nicht verfrüht, äh, du, du levelst unterlevelte Einheiten. So, Leute kritisieren. Also, das kritisieren, aber Leute bemerken, dass ich Spaß, oder, sag mal so, dass ich überhaupt Babysitting betreibe, während andere halt viele vorentwickelte Einheiten benutzen, was ich halt so gar nicht mache. Alter, geil. Und deswegen, das ist halt so meine Art zu spielen. Da gibt's sogar nochmal ein Level ab für Roy. Das ist nice. Level 13 und... Schade, ich dachte, jetzt krieg ich die Stärke noch. So, das ist nochmal was für dich. Ein solider 2-Hit-Kao. Just freaking do it. Down. Ganz easy. Boah. Also, die gehen mir deutlich mehr Erfahrungsrunde als die vorigen Gegner, das ist schon mal klar. Ich werde übrigens immer noch hier vorne ziehen, weil ich hab einfach schon wieder Angst, dass von hinten irgendwas napspawnt. Ich werd jetzt auch mal ein paar Schritte nach vorne tun. Einfach. Ich hab Angst, dass da jetzt da hinten gleich irgendwas spawnt und mir im Nacken springt. Ja, da hab ich einfach keinen Bock drauf. Das will ich nicht. Oh, das spawnt hat nach, Leute. Das ist nicht cool. Also, man sieht hier spawnen einfach mal Gegner nach. Ganz, ganz kackend reißt. Find ich nicht so cool. Ich würd sagen, dem werden wir gleich Einhalt gebieten mit 4 Blaze. Ich beschleunige jetzt aber mal, weil Magic Animation just too long. So, Boss wird dann nochmal erheilt. Jetzt fällt mir einig, ich würd gerne mal gucken, was die gute Dame für Crit-Chancen hat. Also, was hat sie für den Crit? Oh, 21. Das ist mir ja doch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, weil... Ich sag mal so, 21 Crit, das können nicht viele im Nacken tanken. Die meisten würden jetzt schon... Also, hier sind schon Chancen für den Crit. Das find ich schon wieder nicht so gut, ehrlich gesagt. Und 17 ist auch nicht genug. Vielleicht mit Crit-Abo, I don't know. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nach vorne, wo ich jetzt schon mal fest. La la la. Zwei Felder. Abstand ist cool. So, sie hält auf jeden Fall auch hier jetzt immer ein Hit aus. Potenziell, wie gesagt, ist ein Crit drin, aber das gilt für alle anderen Einheiten mehr oder weniger auch. Na, und jetzt... Oh, ja, die Spitze... ...des Quaders hier. Ich weiß gar nicht, ob er sich vielleicht auch alleine schon one-hitten kann. Da kommt auf jeden Fall ein Gegner, dann find ich schlecht. Oh Gott, kein Crit, das find ich schon mal gut. Oh, doch nur 13 Damage mit Flux hier, nicht 22 oder so. Scheiß, nee, 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 nee. Ist auch ein To-It-K.O., also hier muss ich aufpassen. Gut. Aber... Hätte gleich einmal Nosferatu benutzen und dann sollte die Sache eigentlich gejinxt sein, weil ganz ehrlich, da könnte der King ja keiner drauf nichts machen. Ich denke, Nosferatu würde eine hundertprozentige Treffer-Radar haben und, äh, ja. Hat viele dagegen gemacht. Scheinlich einfach um das, was er mir angeht. Naja, ja doch. Aber es reicht auch nicht für ein Damage. Für ein Finish. Das heißt, ich benutze einfach nochmal Apokalypse, einfach nur, weil ich kann. Einfach, weil ich's kann. Guck mal her. Scharf, da holen. Und schön viel Nachwagens runter. So, und jetzt kann Louis direkt von hinten heilen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir für Damage machen würden. Ich will die Animation auf jeden Fall sehen. Mach ich auf keinen Fall aus, Leute. Können wir vergessen. Ja, weil ihr kennt sie wahrscheinlich alle schon innen auswendig. Aber ich nicht. So, jetzt gucken wir mal. Binding Blade. Es ist ein Two-Hit. Es ist ein Two-Hit. Holy Shit, Mann. Das ist ja billig. Das ist ja echt frightening. Okay, Alter. Guckt euch das an. Sie hat keine Empfindlichkeit gegen die anderen heiligen Waffen. Die sind nicht effektiv. Ich meine, gut, zwei mal neun ist nicht wenig, aber viel ist das nicht, Leute. Heilige Scheiße. Hier, Amaz. Oh, Alter. Vier Crit. Oh, das ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Und Amaz auch nur zwölf Schaden. Das ist auch nicht so viel mehr. Durandal könnte man hier noch machen, aber ganz ehrlich. Das ist fucking much, Leute. Holy Shit. Ich muss ja nur stay out of two range, ne? Jo, passt. Aber ich würde halt gerne die Einheiten aus den Bereichen ziehen, die angegriffen werden könnten. Ne? Weil wenn ich nämlich hier und hier Einheiten stehen habe, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf Felder können die laufen. Dann spawnen die hier. Dann ist sowieso egal. Dann da stehen. Dann kann Fay auch angegriffen werden. Ne? Das ist nicht ganz uncool. Gehen wir da hinten. Ich habe Angst um die Kleine. Du kannst hier immer hin. So, ja, Leute. Soll ich es einfach beenden? Frag mich halt, was es bringen soll, ne? Es ist halt so, hm, ja. Ja, die kommt jetzt an den Strand. Boah, Thunder macht einfach mal nur zwei Damage oder so. Das ist ja ekelhaft. Aber damals wird das Ding niederschrecken, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ganz klar, ist klar. In die Wardragons bringen die Heiligen Waffen immer noch was. Aber das ist ja echt, die nur gegen das Blazing Sword, nur dagegen ist empfindlich. Holy shit. Macht es natürlich bedeutend schwerer als die anderen Drachen, das ist natürlich klar. Ich habe ja schon gar nicht mehr gesagt, das ist doch voll einfach denn, aber nicht. Kann nur Roy was machen, richtig. Meine Gute, da ist es gleich ein Tool Care, aber, hm. Nehmen wir an, du hast deinen Sealing Sword schon verballert, denn das ist ein Precht. Dann musst du gucken, dass du irgendwie klarkommst. So, wenn ich jetzt so von hier... Ne, sind generell Felder, schade. Ey, für kacke, dass das überall Viecher spawnen. Ne, die spawnen nicht da drin. Aber, oh mein Gott, Louis. Ey, Ray, Ray, oh Gott. Aber way too much damage, ne? Ja, komm, das wird ganz kurz mal hier. Zerstören die Epicness! Oh, Defense, nice. Sehr gut. So, dann kannst du auf jeden Fall mal ganz kurz geheilt werden, ne? Alles kurz, so. Und ja. Ich geh mal gucken. Ne, jetzt sind es drei Felder. Nein, jetzt gibt es keinen Crit mehr. Also, sie kriegen Crit-Ausweichen miteinander. Ich könnte es mal machen. 2x13 ist nicht wenig, durchaus nicht. Ich sieht mal, auch die Silver Axe macht gar nicht so viel weniger Schaden, einfach weil der Effektivitätspony fehlt. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Einfach damit man die Animation mal sieht und... Also, sehen wir die Gegner-Animationen nicht. Wenn ich jetzt mit Roy aus der Distanz abschieße. Könnte natürlich in den Nahkampf gehen, aber... Ja, gut, warum eigentlich nicht? Ja, ich mach's auf jeden Fall, weiß ich. Oh, Alter! Alter, die sind voll geil aus. Und die Musik! Voll so ein Orchester, Alter. So eine Oper irgendwie. Ich hab so eine Orgel, Alter. Voll geil. Richtig cool. So, jetzt schön hier erstmal hier. Physics und so, ne? Nein, nicht für Roy, hier. Healing Actions! Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich kein schwerer Gegner. Nicht wirklich. Hängt auch davon ab, wie stark die Charaktere geworden sind. Ich meine, ihr wisst ja, meinet ihr ist ja ein bisschen... So, ne? Ein bisschen OP. So, Leute. Let's go! Alter, voll irgendwie dieser Fußball aufkommen. So, birds. Geil. Watch it. Daneben, Kumpel! Und jetzt... Ich... Ich... Ich bin alleine. Im Dunkeln. Ich bin alleine. In Darkness. Ist das jetzt wirklich? Oder kommt jetzt vielleicht noch so... Oh mein Gott, this isn't even my final form. Aber ist das ja nicht. Voll der Surround-Sound. Oh mein Gott, Leute. It's over. Ich hab irgendwie so das Gefühl, jetzt gibt's hier irgendwie... This isn't even my final form-Action. Oh mein Gott, wer ist das? Ja! Oh nein, das Sanctuary kollabiert. Everyone, hurry outside! Schnell raus! Roy! Ist schon okay. Ich werde in Ordnung sein. Nun geht! Ey, nein! Warum? Stürbt jetzt Roy hier? Das will ich nicht. Lord Roy, ihr seid unverletzt. Ja, aber das Sanctuary ist verschwunden. Nun, es war über 1000 Jahre alt. Eine große Menge Energie wurde released in einem Kampf, den wir gefochten haben. Die Fundamente konnten wahrscheinlich dem Druck nicht standhalten. Ja. Nun, heute markiert das Beginnen eine neue Ära. Wer ist das da, den ihr zurückgebracht habt? Oh ja. Melinus, ich möchte dich gerne um Rat fragen. Er hat sie mitgebracht. Holy shit, Leute. Und damit, äh, der war, der Krieg, der bekannt war, als, als die, ja, das Stören von Bern wurde beendet. Und folgend Berns, äh, ja, äh, 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 Kapitulation hat, äh, seine Regierung ist ummantelt mit dem direkten Support von Königreich von Etruria. Mit Reus Hilfe hat Gyniver den Thron geerbt und das neue Königreich von Bern war formal etabliert. Established, ihr wisst schon. Das ist schon mal gut, wir haben Bern jetzt nicht zerstört oder so. Und am Tag von ihrer, was, Ascension, ja, ihrer, ihrer Krönung, denke ich mal. Damit meine, meine, die Winnivers Krönung. Oh mein Gott, jetzt, jetzt kommt Plot Twist, Romance Action, Alter. Jetzt, jetzt, Roy kriegt ne Ische. Weil, die können, die können ja theoretisch ein Roy's Alter sein, ne? Nun, Prinzessin Gyniver, ihr habt meine, äh, meine Congratulations zu ihrer Krönung. Also, mein, mein, wie sagt man dann in Dorn und Dorn dazu? Äh, meinen Glückwunsch einfach. Wissen Sie, Congratulations klingt immer so viel besser als Glückwunsch einfach nur. Ich danke euch. Aber mein Kampf hat erst begonnen. Es tut mir leid. Ich wünschte, wir hätten, wir, wir müssten nicht, äh, uns auf Etruria verlassen. Na, na, ist okay. Ich bin, ich bin dank, dankbar für ihren Support. Das nenne ich jetzt Support, weil Support, Support, Leute. Wir kennen das im Deutschen nicht so schnau. Nun, es wird immer die geben, die denken, ich habe, ich bin Etruria nur beigetreten, um den Thron zu, äh, erben. Prinzessin. Aber der, der, die wichtigste Aufgabe ist, äh, die Rekonstruktion von Bern. Ich muss das Vertrauen der Leute wiedergewinnen, äh, durch meine, äh, durch meine, ja, durch meine, ja, 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 in Vorzeit, ja, durch meine Mühen. Das war manchmal echt schwer, deutsche Worte dafür zu finden. Ich weiß, was es bedeutet, aber ich kann es nicht richtig in deutsche Worte umwandeln. Egal, wie lange das auch braucht. Nun, wenn da irgendwas ist, was ich, äh, für euch tun kann, denn, äh, zögert nicht, mich zu fragen. Danke euch vielmals. Vielleicht eines Tages. Hoi, bist du... Ja? Was wirst du jetzt tun? Wirst du in der etorischen Armee, äh, bleiben? Nein, ich muss nach Ferrae zurück. Ich bin besorgt über die Krankheit meines Vaters. Und wir müssen ebenfalls die Rekonstruktion wieder, also den Wiederaufbau, äh, ein bisschen Mühe zu wenden, ne? Also geht ihr nach Hause? Ich bin sicher, das ist das Beste so. Aber trotzdem. Jemand von deiner Fähigkeiten könnte ja ganz einfach in, in den Reihen von Etrurien, äh, Platz nehmen. Äh, ich? Ich denke, ich verdiene keine solche Position. Nun, ich glaube, Ferrae ist ein, äh, gesegneter, mit einem so, äh, fähigen, äh, Herr war doch, ey, Erbe, ne? So viel, so fähigen Erben wie euch zu haben. Schleimscheißer. Ahem, so. Eure Hoheit! Ja, bitte nenn mich Giniweer. Was ist los? Ja, Lilly Giniweer, die Zeremonie ist überhaupt zu beginnen. Also, beginnt gleich. Danke dir, ich werde gleich da sein. Jetzt wissen wir auch mal vom Spriter, dass sie ein Weiser sein muss. Hoi, willst du, willst du, wirst du mit mir kommen? Äh, ich? Nun, ihr habt mir so viel selber geholfen, seit ich, äh, Bären mit dem Fireman verlassen habe. Ich möchte, dass ihr den Pfad sehen, den Bären nun unter meiner Anführung, meiner, meiner, meinem, äh, ihr wisst ja, Leadership, Mann. Ihr wisst doch, was das heißt. An, durch ihre Führung. Führung! Entschuldigung. Natürlich. Äh, wenn ihr mich dabei haben möchtet, dann, äh, wird es mir eine Ehre sein, euch zu begleiten. Denn, nicht hier lang. Lasst uns ein neues Bären sehen. Das Beginn einer neuen Ära. Schade, dass es davon nicht mal irgendeine Fortsetzung gibt. Ich meine, Final Fantasy VII wurde ja quasi, ist ja eigentlich die Verlängerung oder der Vorteil, ist mal so, der Fort, ja, ist, ist halt die Vorgeschichte quasi von Final Fantasy VI, ne? Oh, Lord Roy, es ist lange her. Ich war gerade in der Nähe, also habe ich, äh, entschieden, hier, hier in der Nähe mal zu vorbeizuschauen. Hm, Faye wird froh sein, dich zu sehen. Ich habe sie schon früher gesehen, also vorhin gesehen. Sie ist noch viel energetischer, als ich mich daran erinnern könnte. Wir haben sie erlaubt, mehr draußen zu sein seit ihrer Rückkehr. Vielleicht deswegen. Wie geht es, Idul? Nun, naja, wir haben es zwar geschafft, ihre Seele wiederherzustellen, und doch trotzdem. Ist sie immer noch nicht zurück in ihre normale Urstalt? Nun, Faye nimmt sie manchmal mit nach draußen. Aber sie wird nichts machen, ohne dass sie es zuerst gesagt bekommt. Hm, ich verstehe. Lord Roy! Wir haben nun herausgefunden, dass sie vor langer Zeit von den Drachen in Gefangenschaft genommen wurde. Ich fürchte die Konsequenzen davon, das Dorf zu verlassen. Was? Also habe ich mir jede... Ähm, was heißt denn? Vorbeizuschwede. Ich habe meinen Bowser nicht offen, Leute. Scheiße. Ähm, verbitten. Ich habe... Ich habe es... Ich... Ich verbate mir jeden... Jede Anstrengung, sie zu retten. Nun, ich weiß nicht, ob mein Judgment, also mein Urteil korrekt war oder nicht. Vielleicht ändern die Menschen die Art, wie ich denke. Ich werde mein Bestes geben, Idons Herz und Seele wiederherzustellen. Äh, ja, ihr habt mein... Mein Dank. Als ersten Schritt möchte ich, dass sie irgendeine Art von Emotion ausdrückt, also von Gefühl ausdrückt. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn sie lachen könnte. Ja, wir haben ja noch irgendwas erfahren. Ein ganzer so... Und das nennt man einen Baum. Baum. Das ist richtig. Und dieser Baum hat leckere Früchte. Früchte? Ja, kannst du sie sehen? Da, an der Spitze. Und wenn du den Baum schüttelst, so... Boots. Aua. Ah, ist auf meinen Kopf gefallen. Hast du gerade gelacht? Gelacht? Das ist ein Lachen? Wo ist Roy? Ich muss Roy sagen, dass du gelacht hast. Oh mein Gott. Eine warme Brise. Das hat sie sich gemerkt. Executive Producer Hiroshi Yamauchi. Ja, Leute. Unser alter Nintendo-Produzent war wieder am Task. Ihr seht's schon. Leute. Die Credits. Oh mein Gott. I can't believe this shit. Oh, Leute. Alter, ich weiß nicht, wie lange dieses Let's Play gebraucht hat, bis ich es beendet habe. Ich kann's euch gerade nicht sagen. Es war viel zu lange. Das steht schon mal völlig außer Frage. Ich kann ja einfach mal... Ich öffne mal meinen Browser hier. Ich ziehe das mal auf meinem Rechen-Moritor. Und ich glaube, wir einfach mal nicht sehen. Ja, ja. Geht nicht gut. Ich kann ja einfach mal in meine Tabelle gucken. Da kann ich's ja sehen. 114 Folgen haben wir damit jetzt am Ende gebracht. Oh, hier sehen wir nochmal der junge Löwe Roy. 152 Battles. 74 Wins. Roy ist nach Hause wieder zurückgekehrt, um seine Linde in Lycia wieder aufzubauen, die durch den Krieg zerstört wurden. Er war wirklich popular bei den Leuten. Und ein gut bememberter Leute, bis er Farré, glaube ich, geerbt hat. Ich glaube, das darf ich jetzt nicht vergessen, das vorzulesen. Hier, das könnt ihr ja selber lesen. Hier, ein bisschen Credits und so. Einfach nur von den Mitarbeitern her. Da wird bestimmt gleich noch ein bisschen mehr kommen von denen, die wir quasi ins Finale mitgenommen haben. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Ich kann mal einfach mal ganz kurz gucken hier, wo... Damals hier... Oh, 5 Battles, 5 Wall... Alter, hier, was für eine Quote. Nachdem sie nach Nabata zurückgekehrt ist, äh... Wurde was... Wurde von Faye nie wieder gehört. Viele Geschichte... Geschichte... Stupis... Waren... Gezweifelt, dass sie überhaupt jemals existierte. Oh mein Gott, Leute. Sie ist verschwunden. Was? Was? Ich glaube, ich nicht. Nö. YouTube sagt mir gerade, dass irgendwie ein Video aus der Playlist gelöscht wurde. Stimmt gar nicht. Sind alle 109 von 109 da. So, oh. Der, der, der willvolle Lady, Clarewine. So viel Battles of Rinse. Returned home to Aquileia und Lifthair hat ihr Leben gelebt, als sie es vor dem Krieg gelebt hat. Ihre Personalität hat sich niedergeändert. Aber ihren, was... Oh Mann, das ist viel zu schnell. Mann, ich muss aufpassen. Warte, jetzt gucke ich aber mal, wann der erste Part war. Sekunde. Das war der 15. Das war der 15. Februar 2015. Aber das hat mir das Play versäuert, Alter. Oh mein Gott, fuck this shit. Hätte man täglicher Uploads gemacht, hätte es gerade mal knapp 100... Ja genau, 114 Tage gedauert quasi. Und wäre damit quasi vielleicht 4, 5, 6 Monate gegangen, höchstens. So, ja Leute, was kann ich dazu sagen? Oh, der vernarbte Tiger. 153 Battles, 85 wins. Diek hat mit den Söldern gebrochen und hat es rausgegangen, um auf sich selbst zu reisen. So, ja, so völlig eigenständig hat er, ja, viele Abenteuer nicht. Irgendwie sowas. Ich muss mehr aufpassen, was da im Text steht, Leute. Moment. Ich mach mal Browser wieder zu hier. Ja Leute, mein Gott, zwei Jahre alt ist das Let's Play fast. Da war gerade keine Maus im Bild. Nein, das sieht nur so aus. Ja, ich bedanke mich vielmals, vielmals, vielmals bei denjenigen, die überhaupt jetzt hier bis zum Ende durchgehalten haben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer von euch tatsächlich alle Folgen von diesem Let's Play gesehen hat. Und wer, ja, quasi, wirklich auch von Anfang an gesehen hat, das wäre so, oh cool, Part 1, cool. Ja, ganz schnell rausgekommen. Boris ist nach Ositia zurückgekehrt und hat geholfen, den, ja, das Heim vom Krieg zerstört, wieder aufzubauen. Der fröhliche Mann, der Mann mit der fröhlichen Natur, hat es ihm gereicht, einige Leute wieder zu vereinen. Und, ja, ich bin zu nahes ab. Voll fies. Ich hasse Autoscrolling, Englisch-Text. Das war bei Conker schon so richtig Aids. Du konntest einfach, du bist unter Druck geraten, ganz schnell übersetzen zu müssen. Das ist so wie du hoch. Naja, ich bedanke mich, wie gesagt, vielmals bei denjenigen, die überhaupt das Let's Play ja komplett durchgesehen haben und wirklich jeden Part mitverfolgt haben. Ich weiß, einige werden bestimmt was geskippt haben oder was verpasst haben. Der ruhige X-Men-Lord. Nachdem er nach Hause zurückgekehrt ist, hat er seine Kindheitsfreundin geheiratet und ein, 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 ein schönes, äh, ja, ne, wie gesagt, ein bescheidenes Leben vollführt. Er hat eine wichtige Reue im Krieg gespielt und dann kam doch auch was. Ihr könnt's ja lesen, ihr könnt's ja lesen, ihr könnt auf YouTube Pause machen, ihr könnt ja selber viele von euch kennen. Teilweise wahrscheinlich sogar besser Englisch als ich. Manche vielleicht nicht. Aber ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Spiel hier jetzt playen konnte. Ich hab mich sehr gefreut, dass ich irgendwann mal Fire Emblems spielen konnte, weil es ja tatsächlich für mich blind war, bis zum Ende hin. Dass ich sagen kann, ich wusste nichts über die Story. Ich wusste, dass das Spiel existiert. Ich wusste, dass Fire Emblem 7, Fire Emblem 7 war das, wusste ich schon ziemlich früh, dass es in Japan schon die ersten früheren Fire Emblems gegeben hat. Viele denken tatsächlich immer noch, dass Fire Emblem 7, also das mit Roy, Alleywood, äh, Quatsch, mit Alleywood, Hector und Lün, das allererste Fire Emblem ist, das existiert, ist ja definitiv nicht der Fall. Es ist der siebte Teil, viele anderen wurden schon auf dem Super Nintendo in Japan damals released. Viele haben mich auch schon in den Kommentaren x-mal gefragt und mal das hier offiziell zu beantworten, dass ich diese Spiele wahrscheinlich nicht let's playen werde. Ich werde die von mir bekannten und auch vielleicht ein paar unbekannte Fire Emblems let's playen, wenn sie halt eben zum Beispiel neu sind und ich da... Oh, guck mal, hier ist Saul einmal gestorben. Ja, stimmt, er wurde mal irgendwo gekritzt, kann ich mich dran erinnern. Hab die Folge, glaub ich, neu aufgenommen. Hups! Ja, nachdem die Church ihm seine Position als Bischof offeriert hat... Ach man, das ist schon kacke. Image Illustration, AG Kaneda. Naja. Ne, wie gesagt, Fire Emblem 7 war nicht das erste, definitiv nicht. Und ja, es wird bestimmt noch viele weitere von mir geben. Ich werde, also ich habe auf jeden Fall vor, Fire Emblem 9 und Fire Emblem 10 zu let's playen. Fire Emblem 9 soll irgendwann im Anschluss an dieses Let's Play hier kommen. Bestimmt nicht sofort, denn ich möchte gerne erst wieder mal allgemein meinen Let's Play Upload wieder auf die Reihe kriegen, so wie er mal früher mal war. Vielleicht nicht ganz so regelmäßig wie früher, aber ich möchte auf jeden Fall wieder täglich mindestens ein Video wieder anstreben, dass ich sage, ein Tick, ein Video täglich ist ein Muss für mich, möchte ich auf jeden Fall wieder bringen. Einfach für die, die mich nicht nur in den Livestreams so ganz fleißig unterstützen, auch die, die in den Let's Play immer so fleißig unterstützen, egal ob es mit Kommentaren oder mit Daumen hoch oder den ganzen anderen Stimmungschnack sein soll. Und ja, das verdienen nicht nur ihr, ich denke, das verdiene auch ich an der Stelle, also dass ich quasi einfach wieder mehr auch an mir arbeite, weil es auch eine persönliche Sache ist, einfach für mich eine Art keine Pflicht, aber auch eine Ehrpflicht. Also das ist aber einfach, ich möchte das gerne machen. Äh, Louis hat seine magische Schule aufgebaut, äh, wer, wo seine, äh, ehemals seine, 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 na, da, wo er an, wo er als Weise gelebt hat. Er hat die Orphans mitgenommen und mit ihnen da ein frittiges Leben verlebt. Irgendwie so ein Kriegs, ihr könnt es nicht, das ist ein Happy End in all, ne, Happy Ende für alle, ne. Und, na, was gibt's noch groß zu erzählen? Ich, ich wüsste jetzt nicht, was man noch groß zu erzählen könnte. Wie gesagt, Fire Emblem 9 irgendwann im Anschlag als Let's Play. Freue ich mich schon sehr drauf. Ist, wie gesagt, mein Lieblings-Fire Emblem. Muss sagen, aber das hier war echt nicht schlecht. Ich fand's nicht so schwer, wie alle mir am Anfang gesagt haben. Einige fragten mich auch schon, hey, hast du nicht mal vor, einen Fire Emblem-Randomizer zu machen? Ich sag, das möchte ich eher ungern machen, weil ich weiß tatsächlich noch gar nicht genau, wie das funktioniert. Oh, guck mal, Masahiro Sakurai. Und die Staff von Super-Sash-Moss-Brow und Smash Bros. Melee, lol, stand grad da. Cool, wusste ich noch nicht mal. Ähm, ja, ich bin froh, einfach dieses Spiel gespielt zu haben können. Ich meine, ich sag mal so, dieses Spiel hier gab's ursprünglich nur in Japanisch. Und trotzdem haben wir jetzt hier auf meinem, der Super Mario-Club, der ist überall dabei, ne. Ich weiß, ich muss das in jedem Part erwähnen. Ähm, und ja, ich bin einfach froh, es gespielt haben zu können. Und durch den Englisch-Patch, Deutsch-Patch würde es niemals geben, weil sowas dafür ist einfach die Community nicht groß genug und die Arbeit zu groß. Überleg mal, das hat halt jeden Text, den man hätte kriegen können, hätte man übersetzen müssen. Das macht kein Schwein. Naja. Wie gesagt, ich bin einfach froh, mega froh, dass ich es gespielt haben durfte. Und wie gesagt, für die anderen Fire Emblems, ich glaube, eher nicht. Ich meine, ich hab das Design mal gesehen, ich finde, das sieht einfach extrem komisch und doch sehr, 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 naja, nicht sehr familiär aus. Das ist für all the rights and clothing, the copyrights of games and now in the music program is served by Nintendo Co. and limited and intelligence systems. Company limited. Oh. Oh. Wisst du schon. Oh, was kriegen wir jetzt noch? Oh, ein Chapter. Oh mein Gott, ihr seht ihr wie langsam ich war. Oh, Schatten über meine Haupt. Und da, wo ich richtig krass gelevelt hab, wobei ich finde, 18, 17, geht eigentlich noch gut hier, 75. Ähm, Wust. Da hab ich, glaube ich, gelevelt wie so ein Bekloppter. Aber an sich geht das eigentlich so. Durchschnitt 20, 30, holen. Ja, hier hab ich wieder mal gelevelt wie so ein Bekloppter. Aber ansonsten, so im Durchschnitt sind's so 20, 30. Hier mal ein bisschen drunter, da und da mal ein bisschen drüber. Die, hier, 13, 12, auch relativ okay, 17. Ging eigentlich sogar noch. Ich hab zeitlich bestimmt relativ lange warf, weil ihr wisst ja, ich bin allgemein jemand, der so ein Spiel auf die Fälle genießt. Ich bin jemand, der so ist über lange 10 Stunden. Wie ist das denn zustande gekommen? What the fuck? Hab ich da meinen Emulator laufen lassen? Naja. Passiert, Leute. Also ich denke, ich mach das schon. Oh, Tactics, Combat, so all mein Ranking. Tactics, C, Combat, A, Survival, A, XP, B. Fonts, A, Power, B. Ganz gut insgesamt. Aber man sieht, Tactics ist schlecht gewesen. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, taktisch bin ich eigentlich bei Fireball relativ gut dabei. Intelligent, safe. Nicht übermütig, wissentlich der Tricks, die existieren. Aber ich weiß auch nicht, nach was das gerankt wird. Von daher kann ich da absolut nichts zu sagen. XP, da kann ich mir vorstellen, dass man dort durchaus noch mehr rausholen könnte. Das gleiche gilt auch für Power natürlich, dass man einfach, denke ich mal, Power great. In dem Fall, wie viele von den Kämpfen, die man begonnen hat, auch wirklich gekillt wurden. Die fängt schon an, wenn man anfängt, Baby zu zutten, dass man ja ab und zu mal so Abstrichen machen muss. So, ja, das haben wir nicht gewonnen, hier hast du bloß gekämpft. Ja, ich denke mal, wenn man da A haben will, sollte man mehr vorentwickelte Einheiten benutzen, die einfach solide auf Einheiten schon wegbashen. Aber an sich, denke ich, eigentlich ganz gut und nice. Das aufwarte ich eigentlich stolz bin. Das ist wie immer Survival. Ey, ne, alle haben überlebt, mehr oder weniger. Ich glaube, wir haben so ziemlich alle Einheiten rekrutiert. Fand ich, das hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich, aber freu ich mich. Finde ich cool. Oh, hier, Chana. Ist nach Hause gekehrt und wurde berittert. Hat geholfen, Ferra Ae wieder aufzubilden. Ah, jetzt kommt von den ganzen anderen noch Backstories. Das lassen wir uns noch über uns ergehen. Das ist die Folge auch, die letzte lange Folge. Oh, ist verschwunden, irgendeine Spur zu hinterlassen. Hey, hat Guinea-Berke geholfen, Bären wieder aufzubauen? Ja, schön. Oh, der Gentle Bandit. Ist zu den westlichen Indeln zurückgekehrt. Hat geholfen, Ferra Ae aufzubauen. Boah, der ist halt, alter, natürlich sehr hoch hier ausgebildet. Der ist halt total krass, alter, richtig heftig. Ich dachte, irgendwelche Shippings kommen hier zustande, aber nö. Hat ihr, oh, das ist natürlich super, hat ihr Training weiter, ne, und so. Hat geholfen, hat gearbeitet dabei, dem Waisen zu helfen. Cool. Ist eine Tänzerin geblieben, ja, wow, cool. Ist in den Bergen verschwunden. Ja, das sind ja Infos, Leute. Das sind ja, very good Infos, Mann. Oh, Silverwolf. Hat, äh, seinen Former Clan wieder vereint. Ohne eine Spur verschwunden. Ja, das ist natürlich total töfte. Hat geholfen, oder sieht's hier wieder aufzubauen. Oh mein Gott. Ist um den Kontinent gereist. Ja, was für Background-Storys, ja, total hardcore. In Ruhe stand gegangen und hat sein Leben genossen. Hat geholfen, Ferra Ae wieder aufzubauen. Wie alle anderen, wie. Ja, wohl, die wir nachher als Einzelnen nicht trainiert haben, von denen ich trainieren wollte. Hat geholfen, die Western Islands wieder weiterzuentwickeln. Also, voranzutreiben. In ihr altes Leben zurückgekehrt. Hat geholfen, Ilia wieder aufzubauen. Alter, nur wieder aufbauarbeiten. Schlimm, schlimm, schlimm. Wann übrigens 2 am Leben 9 kommt, kann ich euch beim besten Bild noch nicht sagen. Oder hab ich noch mal keine Ahnung. Hat sein Leben als Seldener weitergemacht. Hat als Ritter in Ositia gelebt. Glauben wir auch nicht. Ah, Leute. Hat die Ositianische Armee wieder aufgebaut. Ist gereist als Söldner. Der kleine Held. Oh, Falcon of Sakai, der Falcon Punch. Hat seinem neuen reformierten Plan beigetreten. Hat seine Handelsrouten wiedereröffnet. Oh, cool. Wurde ein etrurianischer, was, Ambassador? Äh, irgendeine Ahle, wahrscheinlich. Wurde eine neue Fluganführerin. Also, irgendeine Staffelanführerin wahrscheinlich in der Armee. Ist auf die westlichen Inseln zurückgekehrt. Bereiste die Welt als ein Dieb. Wow, was für eine Message. Ein Master Thief, war auch geil. Er hat gearbeitet, um Retriorail wieder aufzubauen. Ja, ist nach Nabata zurückgekehrt. Ja, war auch klar. Ah, schön. Nach Nabata zurückgekehrt. Ist an die Spitze von Retriors Militär aufgestiegen. Ja, gut, Percy, weil da weiß er auch so eine extrem gute Einheit. Er hat ein wahrscheinliches Leben geführt. Hat seine Studien der Magie fortgeführt. Oh, Zeiss hat Kliber geholfen, Berliner aufzubauen. Ist, ja, in Frieden gelebt, nachdem er in Ruhe gegangen ist. Der Yoda, der ist natürlich zu Star Wars zurückgegangen. Hat weiter das Wort von St. Elimein verbracht. Und ist in einem Dorf in Bern in Ruhe gegangen. Oh, Finale. Nein, Ende. The End quasi. Ah, schön. Leute, wow, 41 Minuten, holy shit. Ja, oh mein Gott, wir haben es gedillt, Leute. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so... Boah, das Let's Play kriegst du nie fertig, niemals. Im ganzen Leben kriegst du das Let's Play nochmal irgendwann auf die Strippe. Aber wie ihr seht, es hat funktioniert hier. Hier unser Lord richtig cool, meine Vergängster. Ja, ähm. Was gibt es jetzt Neues, nachdem wir das Spiel beendet haben? Ich kann mal gucken hier. Es gibt auf jeden Fall ein Soundroom. Mega geil. Ja, so gehört sich das hier. Ah, schön, dann kann man sich hier nochmal die ganze Musik anhören. Oh, voll mit den coolen Bildern da unten. Cool. Captivating dance. Talking event. Shocking truth. Oh, wo ist mein Lieblings soundtrack? Oh, ist mein Lieblings soundtrack? Äh, oh. Ah, na, wie ich es lese, oder was ist das? Oh, was ist das hier? Ja, die Musik wurde teilweise auch noch im nächsten Spiel, wenn man merkt's. Finde ich coole Sache eigentlich, mag's was. Oh, Final Chapter. Oh, cool. Ja, da gibt's den. Oh. Battlescreen? Oh, die Orgel, das ist cool. Ich kann. Nee, 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 nee. Ich kann doch nicht mehr. Hier? Ah, machen wir es denn. Ah, ich finde es nicht scheiße. Ist mal irgendein Map-Screen, das weiß ich. Was ist das denn? Das kriege ich ja gar nicht. Wo ist es denn? Ah, hier, One Will. Ja, das lasse ich jetzt zum Ende. Ah, ich weiß nicht. Ah, nee, halt. Ich will nachgucken, ob ich was anderes noch start exist. Ich will nachgucken, ob ich noch was anderes reingeschaltet habe. Ne, Tutorial, ja, für keiner. Link Arena, ja, die kann man wieder, ja, genau, Teams erstellen und dann gegeneinander kämpfen lassen. Total interessant. Restart Chapter, ja, Epilog. Glaube ich nicht so interessant. Gab es nicht irgendwelche komischen Bonus-Maps oder so? Ich möchte meinen, da gab es so irgendwas. Trial Map? Was ist das? Ja, hier könnte man jetzt noch irgendwelche Maps durchspielen. Irgendwelche Bonus-Karten, die, glaube ich, original irgendwelche Kapitel... Ne, das sieht irgendwie nicht so nach einem Spielkapitel aus. Rainy Islands, Snowy Defense, Valley of Death. Ja, hier gibt es noch Bonus-Kapitel, die man spielen kann mit den Einheiten. Ich weiß gar nicht, ob wir... Seasgate, ja, Seasgate, ja, Seasgate, und Landets, Palace Map. Ne, glaube ich, machen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, da sind bloß irgendwelche Bonus-Kapitel. So ein bisschen wie die aus Family Neu. Da gibt es so Bonus-Kämpfe einfach nur... Ich glaube, man kann sogar Einheiten noch weiter trainieren. Kann das sein? Ich weiß nicht genau. Davon habe ich aber schon gelesen. Da gibt es wohl fünf Karten von. Ich nehme an, zwei gibt es noch, die kann man freischalten noch, indem man die hier spielt. Aber das ist jetzt, glaube ich... Äh, jetzt... Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so wichtig. Das heißt, meine letzten Minuten werde ich jetzt hier schön im Soundroom verbringen. Ich finde die Musik nämlich wunderschön. Die ist aber toll. So. Ja, Leute, ich bedanke mich nochmal vielmals bei euch dafür, dass ihr bei diesem wunderschönen Let's Play dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Let's Play wieder dabei. Sobald es dann startet, wie gesagt, erstmal will ich ein bisschen alles auf die Reihe kriegen, sowas Streams und Let's Plays angeht. Und natürlich auch das Studium. Und ja, vielmals Respekt für euch dafür, dass ihr durchgehalten habt bis an dieses Ende hier. Ich staune für mich, dass ich es geschafft habe. Ja, und... Leute, es gibt nichts weiter zu sagen. Ich habe alles gesagt, dass Folge Let's Play, ihr wisst Bescheid, es kommt, wenn es kommt. Fragt, ihr könnt natürlich im Livestream mal nachfragen, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder so, oder ob ich vielleicht schon einen Plan habe. Aber erstmal möchte ich gerne die Let's Plays wieder so auf die Reihe kriegen, dass ich sagen kann, lohnt es sich überhaupt noch, meinen Let's Play anzufangen? Oder denkt ihr euch so, boah, ey, wenn du jetzt ein Let's Play wieder anfängst und das dann wieder nicht hochlädst, dann ärgert ihr euch ja vielleicht als Zuschauer einfach nur. Und das möchte ich aber nicht, deswegen möchte ich gerne erstmal wieder meinen Upload-Plan so wieder auf die Reihe bekommen, wie ich es für richtig halte. Und in dem Sinne möchte ich mich jetzt nur noch verabschieden und mich nochmals vielmals bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf der Gamescom, auf der Straßenbahn um der Ecke, im nächsten Let's Play, im nächsten Livestream. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und bis dahin wieder mal unser Übblingsmotto. Also macht's gut. Haut rein. Tschüssikowsky und... Tschau!